Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Im Moment teste ich noch für ein anderes Video von mir, deswegen schiebe ich heute mal dieses Video hier ein über eine interessante Webseite. Interessant vor allen Dingen für Leute, die CW machen, aber auch für Leute, die FT8 nutzen. Hingewiesen auf die Webseite hat mich mein Funkfreund Jochen, dem ich an dieser Stelle natürlich ganz herzlich dafür danke und den ich von hier aus auch ganz lieb grüße. In der Webseite kann man sich anschauen, wer gerade auf den Bändern online ist. So ähnlich wie bei ReverseBeacon.net und anderen Diensten, die wir uns gleich ganz kurz nochmal anschauen vorher. Aber es gibt auch einige interessante neue Funktionen, sehr nützliche Funktionen und deswegen schauen wir uns die Webseite jetzt mal genauer an. Bevor wir zur eigentlichen Webseite kommen, um die es heute gehen soll, werfen wir ganz kurz vielleicht vorher nochmal einen Blick auf die Konkurrenz. Wer von euch CW macht, der wird sicherlich ReverseBeacon.net kennen. Eine Webseite, wo von Skimmern jede Menge CW-Stationen hier gemeldet werden und wo man dann sehen kann, wer kann wen gerade hören, wer ist gerade so auf den Bändern unterwegs, in welcher Frequenz, mit welcher Geschwindigkeit, all solche Sachen. Man kann hier einige Filter nutzen, zum Beispiel nach Bändern, Filtern oder auch hier nach Kontinenten, je nachdem welche Station, nach die DE- oder die DX-Station genutzt werden soll. Und es gibt auch hier so ein paar Möglichkeiten, die Optik noch zu konfigurieren. Wer mal ein bisschen in die Zukunft einen Blick werfen möchte, der kann auch eine Beta-Seite von ReverseBeacon.net aufrufen, wo schon eine Kartenansicht zu sehen ist und wo das Ganze auch so ein bisschen einfacher konfiguriert werden kann. Auch hier können jede Menge Filter gesetzt werden, auch nach Geschwindigkeiten, nach Bändern und nach Modi. Auch das ist möglich und man sieht hier eben in dieser Kartenansicht, was geht denn gerade, von welchem Band in welches andere. Beide Seiten haben aber einen Nachteil. Man kann maximal 100 Stationen hier sich auflisten lassen. Und 100 Stationen, das klingt jetzt viel, aber wenn wir mal auf die Zeitangabe hier hinten schauen, dann werdet ihr feststellen, dass das gerade mal so eine halbe Minute alt ist. Und alles, was älter ist als eine halbe Minute, das ist hier bei diesen 100 Stationen schon nicht mehr dabei. Also eine wirklich gute Übersicht bekommt man hier nicht. Und Stationen sind dann auch rucki zucki wieder verschwunden. Da muss man also wirklich auf Zack sein. Ja, für diejenigen von euch, die Digimodes machen, die werden vermutlich PSK-Reporter kennen. Eine Webseite, wo alles rund um Digimodes zu sehen ist auf einer Karte. Also PSK 31, 63, FT4, FT8, all sowas. Und hier kann man halt eben sehen, was geht, wo wird man gehört, welche Stationen sind in der Luft, auf welchen Kontinenten. All das ist hier zu sehen. Auch hier gibt es diverse Filtermöglichkeiten, auch nach Bändern kann man filtern. Und es gibt hier Möglichkeiten, auch die Ansicht detailliert noch zu konfigurieren. Die klassische Lösung, das ist der sogenannte DX-Cluster. Da kann man Stationen händisch eintragen, sodass auch Stationen erfasst werden können, die in Phonie unterwegs sind. Also in SSB zum Beispiel, weil die dann einfach per Hand eingetragen werden. Und hier dxheat.com ist so eine Webseite, wo sowas zu sehen ist. Auch hier gibt es jede Menge Filtermöglichkeiten und Einstellmöglichkeiten, sodass man hier Stationen leicht rausfiltern kann. Und es gibt hier auch so eine schöne Heat-Map, wo man sehen kann, was ist denn von welchem Kontinent zu welchem anderen gerade möglich und auf welchen Bändern. Ich muss mich beeilen, ich muss auf 10 Meter, sehe ich gerade. Ja, dann gibt es auch hier eine Kartenansicht für solche Sachen. Das ist zum Beispiel auf der Webseite dxmaps.com möglich, wo man eben sehen kann, was geht gerade auf welchen Bändern. Und wenn wir hier mal zum Beispiel aufs 40 Meter Band gehen, dann werdet ihr sehen, da ist im Moment nur innereuropäischer Verkehr möglich. Aber rüber kommen wir eben noch nicht. Das ist noch zu früh. Kommen wir dann jetzt zur Webseite, um die es heute gehen soll. Der Cluster-Webseite von Hotel Alpha 8 Tango Kelo Sierra, einem ungarischen Funk-Amateur, der hier vieles von dem, was ihr gerade gesehen habt, versucht hat, auf einer Seite irgendwie zusammenzufassen. Es gibt hier im Standard, wenn ihr die Webseite aufruft, zunächst mal eine Liste, die beides verinhaltet. Das beinhaltet sowohl den DX-Cluster als auch Reverse-Beacon-Net, sodass man hier zumindest schon mal direkt auf mehrere Sachen zugreifen kann. Hier gibt es auch eine größere Ansicht. Man kann hier bis zu 1000 Stationen sich anzeigen lassen. Ich mache jetzt mal hier nur 50. Und hier gibt es dann diverse Möglichkeiten, auch die Ansicht zum Beispiel zu konfigurieren. Hier seht ihr das. Hier haben wir die Spalten, die uns hier angezeigt werden. Dann können wir hier einmal draufklicken und dann können wir hier auswählen, was soll denn zusätzlich noch angezeigt werden, wie zum Beispiel der Modus oder das Band in Textform, wer die Frequenz hier nicht sich anschauen möchte. Das lässt sich hier entsprechend noch zusätzlich schalten. Dann gibt es hier unten drunter jede Menge Filtermöglichkeiten nach Modus, nach der Quelle, nach Bändern kann man hier sortieren. Und natürlich die Filter auf die DX bzw. auf die DE-Station, also die entfernte Station und diejenige, die den dann gesehen hat. Das wäre allerdings natürlich ein bisschen wenig, deswegen gibt es hier noch mehrere Sachen. Und das nächste, was wir uns anschauen, ist die sogenannte DX-Cluster-Map. Wenn wir da einmal draufklicken, dann bekommen wir jetzt hier eine Kartenansicht, die basiert rein auf den Daten des DX-Clusters, also das, was geklustert worden ist. Und da sieht man hier in unterschiedlichen Farben, das sind die unterschiedlichen Bändern, was geht gerade von welchem Band, von welchem Kontinent auf welchen anderen. Das ist hier in dieser Kartenansicht möglich. Eine solche Karte gibt es dann aber auch für das Reverse-Beacon-Netzwerk. Wenn wir da einmal drauf tippen, dann bekommen wir hier eine weitere Karte angezeigt. Die kann auch gefiltert werden, hier nach dem gemeldeten Skimmer und nach dem DX-Call. Und dann sehen wir, was ist hier möglich. Zum Beispiel auf 20 Meter, wir gehen mal auf 10 Meter, dann sehen wir, auf 10 Meter geht zum Beispiel Südafrika im Moment. Das ist hier möglich in CW und wir können hier zur Not auch andere Sachen noch auswählen. Und wir können auch hier verlängern die Zeit, die uns angezeigt wird. Da sehen wir, was geht gerade in den letzten 15 Minuten, was geht gerade gut. Das kann man sich hier in dieser Karte anschauen für Reverse-Beacon-Net. Ihr seht übrigens, hier im Hintergrund steht noch for development purposes only. Also im Moment ist da noch so ein bisschen Entwicklung in der ganzen Sache. Steht auch hier unten drunter, still under construction. Da muss man also so ein bisschen sicherlich im Hinterkopf haben, dass das alles noch so ein bisschen Beta ist. Ja, dann gibt es für beide Ansichten, für die DX-Cluster-Map und die Reverse-Beacon-Poke-Map, auch noch eine Azimut-Ansicht. Das zeige ich euch mal hier. Wir starten mal mit dem DX-Cluster. Da haben wir dann hier, habe ich hier oben mein Rufzeichen und dann wird das automatisch auf mich zentriert, also auf meinen Standort hier. Und ich sehe jetzt, was ist denn hier möglich. Was geht gerade hier zum Beispiel runter nach Südafrika in orange, das heißt auf 10 Meter. Ich habe hier natürlich die Möglichkeiten, das Ganze so ein bisschen zu filtern. Und es gibt hier noch so eine textliche Ansicht, wo das auch nochmal so alles zusammengefasst wird. Und auch die kann ich hier filtern, zum Beispiel nach den Spots, der Anzahl der Spots in der letzten Zeit. Ich kann zum Beispiel das mal erhöhen auf 60 Minuten, dann kriege ich natürlich hier entsprechend mehr angezeigt. Dauert aber einen Moment, das alles zu laden. Ja, und eine solche Ansicht gibt es dann auch für das Reverse-Beacon-Netzwerk. Das heißt, wenn wir hier einmal draufklicken, dann bekommen wir jetzt hier diese Kartenansicht für das Reverse-Beacon-Net. Und ihr seht, da sind jetzt nicht ganz so viele Daten, die hier drin verwurschtelt werden. Ich denke mal, dass das vielleicht auch noch so ein bisschen in der Entwicklung ist. Hier können wir aber auch schon ein bisschen andere Sachen noch machen. Wir können zum Beispiel den Radius hier ändern. Dann sieht man das Ganze auch so ein bisschen deutlicher. Das ist ein bisschen besser zu sehen. Und hat so hier direkt die Möglichkeit zu sehen, erstens was geht und zweitens in welche Richtung muss ich unter Umständen meine Antenne drehen. Ja, die wirklich interessanten Sachen, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Und zwar gibt es hier zum Abschluss noch zwei Graphen, die man sich anzeigen lassen kann. Und zwar zum einen für das Reverse-Beacon-Netzwerk und zum anderen für FT8. Da werden die Daten dann aus dem PSK-Reporter gezogen. Schauen wir uns zunächst den Reverse-Beacon-Netzwerk-Graphen einmal an. Der sieht so aus. Hier wähle ich zunächst oben das Band aus und habe dann hier noch die Möglichkeiten, Skimmer und DX-Call auszuwählen oder danach zu filtern. Und dann sehe ich hier oben auch eine Frequenz. Im Moment ist das von 14 MHz bis 14,105 MHz. Das kann ich hier ändern über diesen Regler und diesen Regler kann ich Anfang und Ende setzen. Und dann sehe ich hier Stationen, die im Band aufgetaucht sind. Ich sehe dann hier unten die Frequenz, auf der sich die Station befindet. Also hier zum Beispiel diese Stationen befinden sich auf der 20, auf der 14,0,20. Die kann ich mir dann da sehen, hier anzeigen lassen, die Frequenz. Und hier habe ich die Zeit in Minuten. Das heißt, ich sehe hier, was ist in den letzten Minuten denn passiert. Und kann also sehen, dass zum Beispiel hier diese Station vor 10 Minuten auf dieser Frequenz gerufen hat. Und das gibt mir die Chance, hier eben auch ein bisschen länger noch zurückzusehen und interessante Stationen hier zu finden. Vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass ich natürlich auch filtern kann. Wenn ich also zum Beispiel mal hier mir alles ausblende bis auf, sagen wir mal, Südamerika. Dann sehe ich, sagen wir mal lieber Nordamerika. Dann sehe ich jetzt hier nur die Stationen aus Nordamerika. Und ich sehe, wann sind die wo aufgetaucht, auf welchen Frequenzen. Und kann dann gezielt auf diese Frequenzen gehen und nochmal hören. Und so auch ältere, interessante Stationen noch finden, die im Reverse-Beacon-Netz längst untergegangen sind und nicht mehr zu finden sind. Ja, und eine solche Ansicht, die gibt es dann auch noch für FT8. Da schauen wir auch nochmal drauf. Die zeige ich euch hier. Da ist natürlich jetzt das Band begrenzt. Hier auf die klassischen FT8-Frequenzen, also die 74 kHz hier und dann eben 3 kHz jeweils breit. Also von 14.074 bis 14.077 ist dieser FT8-Bereich. Und hier sehe ich jetzt eben auch die Stationen, die hier aufgetaucht sind. Ich kann 10 Minuten zurück hier in dieser Ansicht und sehe, was ist hier in den letzten 10 Minuten passiert, auf welchen Frequenzen. Ja, ihr seht schon, auch hier kann man filtern. Ich kann also hier zum Beispiel ein paar mehr Skimmer mal einschalten, damit man auch ein bisschen was sieht. Und das hier mal richtig voll machen. Und dann sieht man schon, hier passiert einiges. Aber ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. Ja, hier kann man dann eben gucken, was ist möglich. Und ich kann auch auf die einzelnen Bände hier gehen. Ich gehe mal auf ein anderes Band. Dann schauen wir uns das auch nochmal an. Dann sieht man, was ist wo passiert und welche Stationen sind hier aufgetaucht. Das ist beides, sowohl dieser FT8, FT4-Graf als auch dieser Reverse-Beacon. Graf, beides noch hier. Ihr seht das auch in der Entwicklung. Also da ist noch einiges hier, wo noch Luft nach oben ist, klar, verständlich. Und das eine oder andere wird vielleicht auch nicht so richtig funktionieren. Man muss da ein bisschen Geduld haben. Aber was hier der ungarische Funk-Amateur auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Eine sehr hilfreiche Sache, wie ich finde, vor allen Dingen, vor allen Dingen, die CW machen. Dann kann man nämlich hier einfach auch mal so ein bisschen weiter in der Zeit zurückgehen. Ja, das ist eine interessante Sache. Zum Abschluss für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn hier Locators? Hier kann man prüfen. Das sage ich vielleicht noch zum Abschluss. Das dauert ein bisschen, das zu laden. Hier ist eine Datenbank dahinter, wo im Prinzip Rufzeichen und Locator miteinander verknüpft sind. Und dann kann man hier zum Beispiel sein eigenes Rufzeichen eingeben. Und dann wird angezeigt, ob hier oder welcher Locator dafür dieses Rufzeichen hinterlegt ist. Und wenn man das ändern möchte in der Datenbank, dann kann man das hier rüber machen. Dann gibt man das hier an und gibt einen anderen Locator hier ein. Soweit mein Video über die interessante DX Cluster Reverse Beacon Kombi-Seite von Hotel Alpha 8 Tango Kilo Sierra. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch die Webseite auf jeden Fall mal an. Und schreibt mir gerne auch eure Meinung zum Video, zu den Diensten, die ihr vielleicht nutzt, hier unten in die Kommentare rein. Wenn ihr schon mal da unten seid, vergesst nicht, mir auch einen Daumen nach oben da zu lassen. Und gerne könnt ihr das Video auch weiterempfehlen, damit auch andere CW-Freunde diese interessante Webseite mal ausprobieren. Zum Schluss nicht vergessen, hier den Kanal zu abonnieren, damit ihr eben die kommenden interessanten Videos auf dem Kanal nicht verpasst. Von mir zum Abschluss, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.